Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich mit jeder Menge G-Klassen hier zusammen. Und das liegt daran, weil ich bei einem Offroad-Event von Mercedes dabei bin. Und ja, ich bin ausschließlich für Luftaufnahmen da. Und das wird, denke ich, eine ziemlich geile Sache. Und daher nehme ich euch mit. Deswegen wünsche ich euch schon mal viel Spaß dabei und bewertet das Ding. Mit einem Daumen nach oben. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.